10 Würfe auf die Plätze, fertig, los! Welches Team hat zuerst 10? Richtig gut abdrücken, komm! Jungs laut mitzählen, fast Gleichstand, immer hinter der Linie abwerfen. Wir wollen nun mit dem Medizinball noch mal die Würfe verbessern in einer Staffelform. Richtig schnell gegen den Boden werfen, wer hat zuerst 10? Auf die Plätze, fertig, los! Und schnell, Vollgas, komm! Wer fertig ist, schlägt den Boden ab. Lea gewinnt. Okay, 10 Medizinballwürfe über Kopf, wer gewinnt die Runde? Fertig, los! Und immer abspringen, komm! Jawohl! Wer fertig ist, schlägt den Boden ab. Okay, Pia gewinnt knapp, Zeitenwechsel. Wer fertig ist, schlägt den Boden ab. Okay, Pia gewinnt die Runde ab. Okay,